Oh, hast du gerade den Kuckuck gehört? Jo. Guten Morgen, guten Morgen. Ach, guten Morgen, meine Hübsche. Och Mensch, ey, Chester, du siehst heute wieder ganz besonders verschlafen aus. Vielleicht. Ähm. Ähm. Oh, wir müssen gießen. Ah, ne, wobei, es regt uns ja eigentlich. Da wollen wir theoretisch nicht gießen. Ne, genau, mit Steakern müssen wir nicht gießen. Aber ich habe noch gemischte Saat gefunden. Uh, da hackt er sich ja wieder ordentlich ein, zurecht. Mhm. Oh, wieso haben wir jetzt einen Brief bekommen? Wieso, ich habe einen Brief bekommen. Errungenschaften sind schon an sich Belohnung genug. Aber ich persönlich finde, dass man dem noch das Sahnehäubchen aufsetzen könnte. Sprich mich einfach an, hin und wieder. Ich schaue dann, was du erreicht hast und ob du dafür eine besondere Belohnung verdienst. Ah, ja. Wahrscheinlich, weil ich die Samen gerade ausbaut habe. Keine Ahnung. Ach so, ja, vermutlich. Ich gucke jetzt mal schnell, ob mein Money reicht, um eine Ding zu kaufen. Eine Crafting-Station und eine Montierbox. Oh, ich habe ein blaues Hasen-Handy gefunden. Hier ist eine Bienenkönigin. Haben wir schon eine im Regal? Ja, müssen wir sammeln. Ich bin eine Biene. Die nicht verkaufen, weil da kann man dann ein Honighaus bauen und dann kann man die ernten. Ich habe das Honighaus sogar in der Tasche. Beziehungsweise ein Honighaus? Ich habe ein Bienenhaus in der Tasche. Hast du das gekauft oder was? Wahrscheinlich, aus Versehen. Oh Gott, das ist schweineteuer. Ich habe 845 Geld. Und ich muss jetzt gerade gucken, wer ein Hasen-Handy verloren hat. Also gehe ich jetzt zu Rowan und der kann mir sagen, wer ein Hasen-Handy verloren hat. Richtig, was? Schön. Ja. Schön, dich zu sehen, Chester. Was kann ich heute für dich tun? Irgendwelche Gerüchte. Angeblich hat Ria ein paar Schwierigkeiten. Okay, dann wird Ria wahrscheinlich das Hasen-Handy verloren haben. Gut, dass die Tasche ist. Oh nein, ich kann mein blaues Hasen-Handy nirgends finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Ja. Ist auch gut, Jo. Höchst du, bei der Suche? Danke. Bring es so schnell wie möglich zu mir. Ähm. Kann ich sie jetzt geben? Oh, du hast blaues Hasen-Handy gefunden. Dankeschön. Vielen Dank. Worauf wartest du? Her damit. Ja, nimm. Ich wette mit dir, die hat gar nicht gesucht, du. Das Mensch hat sich drauf ausgeruht, dass du alleine suchst. Okay. Ähm. Uh. Nee, nee, das nicht. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen, wenn ich schon hier bin? Na toll, jetzt habe ich einen, äh. Ich habe einen Marienkiefer gefunden. Sehr schön. Ich habe Eicheln im Inventar. Oh. So. Noch mehr Eicheln. Ja, ich wollte nach der Crafting-Station und so weiter gucken, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich bloß gucken. Gab es die hier? Oder gab es die im Gemischtwaren-Laden? Die Eicheln? Äh, verdammt. Die, nee, was wollte ich jetzt? Oh Gott. Springnerv. Der Farm-Fan ist da. Lauf, lauf. Montagestation 1000. Ach Gott. Uh. Uh. Da liegt was. Stell dir vor. Du biegst nichts an und ab und plötzlich steht eine Kuh direkt vor dir. Das war auf jeden Fall eine Überraschung. Du solltest da Lisa aufsuchen. Bla, bla, bla. Ja, Scheune bauen. Ähm. Äh, die heilige Kuh? Ja, ich glaube, das ist noch nicht drin, ne? Ähm. Ich gehe mal mein Holz holen. Und mein Holz, 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 Holz. Ähm, ja, wir müssen Bretter und so weiter craften und ich habe nur 1700, also davon kann ich uns eine Station kaufen, aber nicht beide, die wir brauchen. Mhm. Und dann haben wir immer noch kein Material wie Nägel und sowas. Deswegen müssen wir wohl noch dafür zu Aliza fahren. Aliza. Aliza. Was laufst du mir nach? Ich weiß es nicht. Ich, äh, tue ich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich jetzt anfangen, mein Metall jetzt zu räumen. Dann mach das mal. Ich gucke mal, dass ich für uns, äh, Holzblöcke für die Scheune crafte. So, ähm. So. Dann brauche ich den... Ach so. Crafting Bauholz. Ich wollte gerade fragen, wo findet man denn einen? Ne, he, he. Oh, Baumsetzling, das ist aber neu. Äh. Man kann jetzt schön Dachbäume nachpflanzen. Mit einer Eichel und Dünge. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ähm, brauchen wir eigentlich die, die Muscheln oder sonst was? Oder sollen die verschachert werden? Und die Korallen? Was für Muscheln und was für Korallen? Ich habe Muscheln und Korallen gefunden. Sollen die verkauft werden oder brauchen wir die für irgendwo? Äh, verkauf sie doch. Okay. Gehärtete Angel, gehärtete Axt, äh, großer Ziegelblock, hölzernes Hausblock. Dann wird das verschachert. Ich denke, wir machen. Eine Schneggel. Lass mich hier. Kleberbilliger Lack. Hörst wohl Lack ab, du. Ich schaue bloß gerade, was wir brauchen. Weiße Ziegelblock, Latenzaun, Dachfliesen, Marmorziegel. Wir machen jetzt erstmal ganz hässlichen, blödenden, blödenden, ne? Blödenden? Ja. Ich mache jetzt den billigsten Block, den ich finden kann. Ein Marmorstein? Nein. Wieso? Weiß ich nicht. Ist der billig? Nee, keine Ahnung. Du. Mh. Das hier, ey. Mach den leichten, den leichten, holzblanken Block. Ach so. Nur damit man die Scheune mal bauen kann. Mh. Oh Gott, ich habe das Falsche gekauft. Warum verkauft ihr das Falsche? Ich brauche Bauholz und Kleber und nicht Lack. Warte mal. Warte mal. Ach, jetzt habe ich zehn gekauft. Was hast du eigentlich mit den Sternenteilen gemacht? Hast du die auch verkauft? Oder? Nein, die habe ich. Ach so. Entweder habe ich sie noch im Inventar oder ich habe sie ins Regal gelegt. Ja, ich habe nämlich gerade ein bisschen was verkauft, deswegen. Also jetzt keine Sternenteile, sondern allgemein. Dann weiß ich Bescheid, aber kaufe ich die nämlich nicht. Bier mal Bauholz, zweimal Kleber. Oh, ne Eichel. Ich bin grad verwirrt. Das klingt aber gar nicht gut, wenn du verwirrt bist, du. Bier mal Bauholz, zweimal Kleber. Ich will aber kein Fenster. Ich will leichter... Ach so, ich muss wahrscheinlich woanders hin. Feld. Oh Gott. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Was denn für ein Feld? Da hin muss ich. Aber das ist ja nicht der... Ist das der Boden? Ja, okay. Ja, gut. Okay, hier haben wir nichts. Also die Sternenteile scheint ich noch in der Tasche zu haben. Ich sehe zumindest keine. Okay. Ja, habe ich wohl noch. Der, 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 scheint gar nicht so, du. So. Ach, ich meine, die ganze Viecher hier aus der Tasche. Gut. Dann bauen wir mal eine ganz billige Scheune mit zwei Trögen oder vier Trögen insgesamt. Das würde ich auch, ja. Das sollte eigentlich räuchten, oder nicht? Ja, das wird jetzt ein ganz hässliches, einfaches Haus erstmal. Wir craften dann wahrscheinlich eh, oder wir bauen eh alles neu dann. Das weiß ich. Das weißt du. Ich kenne uns. Dann weißt du auch hier einfach mehr als ich, du. Und wenn du weißt... Nee, du hast meine alten Folgen nicht angeguckt. Nee, eben. Okay. Also ich habe jetzt hier zwei Tröge und ich habe hier noch ein Bienenhaus, wenn du willst. Ich brauche jetzt kein Bienenhaus. Geh mir jetzt mit deinem Bienenhaus weg. Er will nicht meine Biene haben. Aber jetzt die Regionsanzeige und auch hier die Regionsanzeige. Warum geht die immer wieder aus? Weiß ich auch nicht. So, ich positioniere jetzt... Wie hat Pussy gesagt? Ich positioniere jetzt meine... Hallo? Das Gebiet ist geschützt. Oh nein, ich muss es jetzt wieder... Schalter Regionsschutz... Ah, habe ich wieder. Ah, Gott. Okay. Auf ein neues. So, dann positioniere ich jetzt mal meine zwei Tröge und du kannst Steine auf der anderen Seite genau nebendran positionieren. Positionieren und dann ziehen wir... Irgendwie... Wie dreht man die? Ah, so ein Mausrad. Ja, du musst draufbleiben. Mhm. Ist jetzt überhaupt richtig rum? Egal. Uh. Wo sind die ganzen Bretter jetzt hier auf einmal? Die habe ich gecraftet. Hm, eigentlich mache ich sie viel zu groß. Das weiß ich nicht. Mensch, von hier unten. Ich weiß ja auch, ich bin Noppensteine. Äh, ein bisschen. Ach ja, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber von Noppensteinen kann man nie genug haben. Äh. Sag das nicht. Wieso? Weil die immer so schnell verbaut sind und dann will man wieder neue haben. Ja, eben. Oh, ein Pilz. So, komm. Ich habe einen Fliegenpilz. Schön für dich. Kann ich jetzt fliegen? Nee. Oh. Du musst dich enttäuschen, diese Geschichte ist frei erfunden. Oh Gott. Nein, das wollte ich so machen und dann... Hüpf. Du kannst schon mal, äh, Bäume fällen gehen. Ähm, ja, dann muss ich nochmal eben fix meine Äxte wieder in die Tasche heben. So. Ich gehe den Mai. Möchtest du ein bestimmtes Holz haben? Nö, einfach nur Holz. Okay. Mein Holz. Das ist mein Holz. Eins. Das ist mein Holz. Das wird nicht besser, du, Mensch. Ja, ja. Heute treffe ich einen Herren. Er fällt alle Bäume gern. Weiche Hölzer und auch Harte. Im Flanellhemd und mit Barte. Stehe noch der Speisekarte. Oh Mann. Oh Gott, das ist... Ja. Nein, ich habe jetzt gerade was aus einem Video zitiert, nicht aus einem Lied. Okay. Man ist auch ein bisschen geschädigt dadurch, ne? Ja, aber nur ein bisschen. Mhm. Nein, ich habe kein Holz mehr. Ja, ich, ich, äh, ich, 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 ich hacke doch schon. Ich hacke im Mondlicht. Oh. Auch schon wieder. Da ist eine Grille. Äh, nee, nicht Schaufel. Wo ist meine, 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 meine Dingsbums schon wieder? Mein, mein, ach, da unten. Fang hin. Ja. Ich weiß nicht, wo dein Teil ist. Äh, 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 äh. Bei mir hast du es jedenfalls nicht gelassen. Nee, du, ich habe ja auch keinen Teil. Ups. Das ist ganz schön eng hier. Äh. Die Bäume. Ja, ja. Und sich dann wieder beschweren, wenn ich woanders Löcher stopfen gehe. Was ich übrigens gerade wieder tue. Äh, 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 äh. Aber du Pech auch, da kannst du nicht fliegen, wenn du so einen hast. Äh, äh, äh. weiß ich schon. Ich lieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Ja, ja. Ich hab ja noch 46 Zäune. Ein Zäune. Ein Maschendrahtzäune. Das war, glaube ich... Wie viel Holz willst du eigentlich haben? Ich habe jetzt aktuell ein bisschen. Schon ein bisschen. Okay. Ein bisschen oder ein bisschen mehr? Oh. Ähm. Ja, bring ruhig mal ein bisschen mehr. Ist nie verkehrt. Oh, da ist noch eine Eiche. Ich hab noch eine Eiche gefunden, du. Wir werden nämlich noch ganz viel Holz brauchen. Und eine Schnecke. Eine Schnecke? Ja, ich brauche jetzt selber eine Schnecke ran, du. So, so. Oh, was haben wir denn da? Ich kann hier was plündern. Plündere von, steht hier. Ja, wahrscheinlich, äh... Schatztruhe? Ja, hier ist irgendwie so eine Tasche oder sowas. Ja. Aber hier läuft kein Mensch rum. Dann könnte ich da eigentlich mal reingucken. Oder? Ja. Oh, da ist noch eine Tasche. Die... Ich gucke mal mal. Musst du mitnehmen. Da rein. Uh. Blüten da. Ich hab 70 Blüten irgendwas gefunden. Was haben wir hier? Blütenblätter. Genau. Das ist die Wertung hier. Ach so. Oh. Oh? Ach, ich hab, äh... Ach so. Ich hab bloß ein bisschen zu... Ja, genau. Ich hab also... Ich hab hier ein bisschen zu klein gebaut. Und, äh... Hab dann festgestellt, dass ich drüben schon weitergebaut hab, so. No. Okay. Dass die Kühe nicht raus können. Ähm... Dachbeliebige Blöcke ist fertig. Ähm. Äh, das wär mir jetzt neu, dass es fertig ist. Okay, also rein theoretisch wär unsere... Wär unsere Scheune schon fertig, aber irgendwie... Gut zu wissen. Ja. Eigentlich sieht das für mich nicht so aus. Ich seh sie noch nicht. Wo bin ich eigentlich schon wieder? Hey, der Witz... Oh, ich bin ja schon so weit weg, du. Hey, der Witzka, Kapitän. So, Bauholz. Wieso hast du jetzt die Sternenteile da rein, wo die Dinger sind? Weil wir noch keinen anderen Platz haben als an Regalpulver. Ja, dann tun wir es halt ins andere Regal. Andere, andere. Wir haben noch ein anderes Regal. So, deinen komischen... Ja. Haben wir. Welches denn? Das mit den beiden Bücher... Bei den... Bei den beiden Bücherregalen. Das war aber voll, wie gesagt. Nein! Da, wo die Möbel drinstehen. Das steht doch noch mit so einem Regal. Oh. Oh jo. Ja, das... Aha. Das war da wieder, der Junge. Ich bin aber kein Junge, ich bin ein Mädel. Ja. Er hat seine Eicheln ins... Nein. Ja, was, was, was? Hä? Kommst du bald mal schlafen, du? Ich bin doch schon der... Okay. Mie-Mieb. Gute Nacht. Gut nichtlich. Ah, schlafen. Schön schlafi, schlafi machen. Danke.